Willst du sagen, dass das Absicht war, Hadi? Oh, Jay bei mir! Oh, Twitter! Oh, oh! Aua! Oh, da bin ich aber noch gerade gesetzt! Jay bei mir! 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 Verpiss dich, Jay! Wenn Hadi mich wegmacht und Bram danach nicht Hadi... Peter, machst du mich gleich? Das ist echt so? Ja, mit meiner Sniper, oder was? Oh, du machst ja gleich so'n Lucky Shot! Dann bin ich richtig am Sinn! Dann bin ich richtig am Sinn! Ja, auf jeden Fall! Das wäre echt ärgerlich! Hast du Bock auf die Melone, sagst du? Aua! Hast du Bock auf die Melone? Ich darf nicht zu nah rangehen! Hey! Das hab ich genau gesehen! Du gehst mir sowas von krass auf den Sack! Guck mal, ich kann jetzt halt nur die Kugel einschlagen! Ui! Da wo Bram hoch... Du, what? Ich glaub, Peter ist das! Peter! Dann ist es noch Hadi oder Bram! Ich weiß es nicht! Dann ist es noch Hadi oder Bram! Wenn's... Loi! Haha! Den von Bram oder Hadi hat grad den anderen mit dem Melon Launcher gemacht? Hab ich gehört! Hihihi! Wer war das? Ich! Hatte die Melone! Dann ist es... Ah ne! Was soll das? Ja, ich dachte, das wäre Bram gewesen! Ich hab da halt einen auf den Sinn! Ach ja! Der war oben irgendwo beim Haus! Das ist aber auch schon ein bisschen her! Boah! Da ärgert sich der Hadi jetzt aber! Gut, er hat sich bei Peter und Jay in der Nähe geblieben! Da hat der eiskalt die Melone gefressen! Oh! Nice! Fuck! Peter, ey! Hast du da noch die Melone gekauft, du Schlingel? Ja, da hab ich mich gefreut! Wie du mir hinterher gerannt bist! Da musstest du leider die Melone in die Flasen kommen! Boah! Wie ärgerlich, dass du tatsächlich echt Traitor warst! Alter, also er hat mal 14 Punkte nach der ersten Runde! Ja! Ja! Da sind wir eben beide rausgeholt! Aber ich dachte, ein Traitor Töten gibt 8 Punkte! Müsstest du dann die 16 haben? Hm! Keine Ahnung! Vielleicht gibt er auch nur 7 Punkte! Wahrscheinlich hat der doch auch dich angeschossen, oder? Ja, stimmt! Du hast mich einmal angeschossen! Ja, dann kann man der aus! Nee, dann müsste der weniger Karma haben! Stimmt! Ah, keine Ahnung! Ich will nicht so eine Fickwaffe haben! Die Punkteverteilung in TTT... Oh! Danke für die Shotgun! Ach, ne! Echt? Die wollte ich haben, Mann! Ich, die haben uns halt... Boah! Okay, viel besser als der Shotgun ist eh die Waffe, ja! So, lass mich Traitor sein! Oh, Mann! Oh, lass mich Traitor sein! So, Peder! Das muss ich... Wo bist du? Heute bin ich dein bester Freund! Aber warte mal! Die Runde wird noch kommen! Wo bist du? Hallo! Nein! Nee, nicht du! Wo bist du Pederchen? Das ist noch einer, das ist Jay! Hey! Na, Peder und Bram! Na ja, hier sind alle, ne? Was ist denn? Nee, nicht alle! Peter und Bram fehlen! Peter! Wir haben uns gerade angeguckt! Haaa! Guck mal an! Hi! Da ist Peter! Hey! Die Tröte hat noch gar keiner benutzt! Was für die Tröte? Das stimmt! Die Ocarina! Boah! Das ist ne Tröte? Stell mir mich holen! Stell mir mich holen! Nein, da liegt eigentlich die Ocarina und das ist ne Flöte! Oh, Peder! Wenn du gleich wieder den... Was das nur für ne Waffe hast du den Negev? Ja! Alter, wer? Chris! Achso! Das ist mit den schweren Waffen... Chris! Chris! Peter ist weg! Aber du hast doch was in der Hüfte drin! Hardy ist... Peter hat mich! Ich hab Peter verloren! Hallo! Hahaha! Das ist doch nur Hardy! Das ist doch nur Hardy! Hä? Ja, ich weiß! Fuck, wo ist Peter? Da ist Pe... Ne, das ist Bram! Nein! Wo ist denn Peter jetzt hin? Ich hab's verarscht, Junge! Ja, ich hab' Peter gefunden! Was denn? Alter! Boah! Ich krieg' bestimmt irgendwann von Christian in den Rücken! Ich glaub' Christian ist da! Vier Leute, Jay! Oh Leute! Moment! Vier Leute waren gerade hier hin! Ich hab Hardy gesehen! Nee, in Hardy war's auf gar keinen Fall! Peter und Chris waren's auch nicht! Wir waren zu viert hier in der Ecke! Richtig! Alles klar, Sepp! Das war jetzt nicht der beste Zeitpunkt, Junge! Okay, Sepp is it! Jetzt will ich aber nicht mehr mit Peter zusammen spielen! Da ist der erste Mellon Launcher hochgegangen! Ne, das war ne Bombe! Oder ne Bombe! Peter ist hier auch! Ja! Na, shit, ja! Kann der Scheiße jetzt mal aufhören? Wer ist das? Das Bram? Wo? Wo ist er? Ich will den Punkt haben! Will den auch haben! Hardy, Bram? Hardy machen Abgang! Und die Schwarze trotz dich weg! Ja, ist ja gut! Tschüssi! Das ist mir geil! Voll blöd, wie jetzt alle ausgeschwärmt sind! Ich will wieder Peter filmen! Wo ist Peter hin? Peter ist hinten an der Sniper-Pose! Ah, danke! Der echte Mellon! Hardy is it! Friss die, Junge! Das war's für den Ernst! Oh, Peter hat auch nur den Sniper abgegeben! Hahaha! Fressa, Adi! Adi, du bist tot! Du darfst schon gar nicht mehr reden! Achso, Moment! Ich muss dir mal kurz... Scheiße! Boah, wie lange ich dich gesucht hab einfach nur! Ohne Spaß! An den Bäumen bist du einmal mir vorbeigelaufen und ich dachte mir so... Komm, rotz den Präventiv weg! Aufgeschissen! Rotz ihn einfach weg! Ja, und dann dachte ich mir so... Nee, dann flamet der und das kannst du nicht machen, weil du weißt es nicht! Und dann ist der... Kein Teil! Das kann nicht klar sein! Boah! Das erst, als ich gemacht hab, ist ne Melone gekauft und hab mich auf die Suche nach dir gemacht! Hahaha! Die Melone benutzte ich nicht mehr! Das ist Peter! Ich hab Peter gefunden! Peter ist weg! Ja, sehr schön! Haben wir beim Kuwait... Damit kann man doch mal anfangen! Mal, ich will keine AR-15 haben! Ich will auch keine AR-15 haben! Das ist doch schon mal ganz geil! Komm! Oh glückliche... Oh glückliche Vase! Gib mir ne schöne Waffe! Oh yeah! Ja, der hat dann über die Pfad was! Oh oh! Scheiß, ich bin kein Traitor geworden! Schade, sonst hätt ich euch gerne weggeronzen! Okay, jetzt müssen wir diese Runde ein bisschen auf Bram machen! Weil wenn der nämlich ankommt... Bram und Sepp sind hier beieinander! Mit mir! Ja, Bram hat sie gerade was gekauft! Peter! Jo! Bist du! Das geht doch! Das ist Chris! Ich glaub der Peter ist mal wieder dran! Oh! Hallo Peter! Wir haben beide schrotzen! Wir ficken uns halt an Peter! Alter, verarsch mich nicht! Das schaffst du diesmal nicht! Diesmal nicht! Ne, dafür bin ich zu nah dran! Peter, du vertraust mir aber ganz schön, dass du mir den Rücken die ganze Zeit zudrehst! Ja, vielleicht vertraut ich dir ganz schön! Dann durch den weg! Alter, Peter vertraut mir ganz schön! Ich glaub Peter ist mal dran! Krass! Okay! Boah, Alter! Boah, Alter! Boah, Peter könnt mich die ganze Zeit jetzt machen! Wenn ich nicht mehr rede, dann ist Peter dann übrigens! Sepp, was willst du denn von mir? Ja, Alter! Du hast ja gar keine Ahnung! LOL! Was ist alles passiert? Ah, die hat ihn voll weggerotzt! JAY! Okay, Jay! Das stimmt doch gar nicht! Das stimmt doch gar nicht! Alter, hat er den weggerotzt! Aber so richtig hart! Wer ist das? Jay! Jay! Wapp! Der ist hinten in der Ecke! Haha! In welcher Ecke?! Hau, hei! Alter! Farschen! Boah! Boah, hab ichs da alle gemacht! Dööööööö chee Jäv, ab, ha miserable gemacht! Ich hab immerher für Bram ge- Ja, ist okay, hast du den بالlauncher wieder benutzt! Der kann nicht wahr sein! J travaill dich klemmt! Weißte, ich hätt mich schon misstrauisch σου werden müssen, als du es zu mir läuftt! Ich konnte die Ocarina nicht benutzen, da stand irgendwas mit Lars, eine, äh, 30 Sekunden. Du musst einen Punkt haben, oder was? Du musst einen Credit haben, ja. Ich hab da auch einen Credit gehabt. Nee, nee. Ja. Oh, Hardy, ohne Spaß, ey. Sepp hat genauso viele Punkte gekriegt, wie ich. Langsam fickst du mich in den Arten. Ich hab mal einen weggerotzt. Also, ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Luftgewinkel. Sepp war ja auch nicht Traitor. So, Feeder, jetzt steht 1-1 bei unserem persönlichen, ich ficke dich, Score. Ja, das stimmt. Boah, ich will ne gute Waffe. Hm, werd ich nur... Danke, Säbler. Oh nein, was? Ich hab die da aufgesammelt. Nö. Ich verarsche nichts. Ich hab die Munition aufgesammelt. Ach so, was? Ah, okay. Wobei... Naja. Aber ich mach einfach direkt die Ocarina an. Zack! Ja, Jay schießt direkt. Boah, jetzt hab ich nur so ne scheiß Necke. Ja, Jay schießt direkt. Das ist ein bisschen behindert. Jay! Sie verarschen? Jay! 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 Ich will die Necke! Wo bist du, Hadi? Ich muss mich leider jetzt töten. Auch wenn du... Ich könnte... Ich könnte in der Arcade geben, Hadi. Ich will die Necke! Hadi! Hadi! Loll! Moment, sorry! Hör auf! Ja, sorry! Ich hab Hadi getötet. Ich will die Necke! Ich krieg dich! Ich werde erschossen! Ich werde erschossen! Ich werde erschossen! Ja, hinter dir! Können die Träte mal Sepp zuerst killen? Ich spiel den hier. Was willst du denn? Wer ist das denn jetzt? Der andere! Der da! Da! Ich schreibe! Nein! Ich hab keine Moni mehr! Wer ist denn der andere? Peter! Drückt euch doch mal aus! Achso! Da warst du schon lange tot, Sepp! Ja, ich dachte, das wär schon vorbei! Das war ganz schön gemein! Aber Peter ist wahrscheinlich eh der Letzte, oder? Ja, ich bin der Letzte! Da bist du! Hm, das war jetzt ein Fail! Wo hast du denn Sepp gekillt? Ich glaub, den hab ich schon confirmed! Nee! Bist du wieder da hochgelaufen? Hä? War ja gar nicht weg! Ich muss doch die Leiter hoch! Was?! Sah so aus, als wär's die Leiter hochholt! Weil du so komisch gesprungen bist! Da stehst du! Na, ich hab nur versucht, dich zu finden! Boah! Weißt du, das gab Minuspunkte für dich! Boah, ey! Weißt du, erst schläfst du ein bei dem Duell, und dann springt Peter einfach in den Tod! Und dann hat er jetzt so eine Scheiße! Nicht absichtlich! Ey, komm! Du hast mich gerade eben noch favoriert auf den Sieg, ey! Und jetzt bist du dann nicht mehr! Ja, lustigerweise, weil ich dummerweise runtergefallen bin! Und ich mein, Jell! Ich? Achso! Warum war ich favoriert? Du hast mich weggerotzt! Ja, ich hab dich weggerot... Wann hab ich dich denn weggerotzt? Du hast mich gekillt! Gerade eben! Also, ich hab dich weggeschossen! Nee, ich hab dich weggemacht! Nee! Das ist mir nicht mal aufgefallen! Wow! Du musst ja schon ein bisschen sagen! Ein bisschen hat mich das ja schon geärgert! Ja, Hadi! Du warst mal wieder Premium-Traitor-Kollege! Leg' mir am Arsch, ey! Hätt' ich gern gehabt, den Kill! Wir haben uns noch schlimmter... Komm, du hättest mich doch weggerotzt, wenn wir getauscht hätten, oder? Ich? Ja! Hätt' ich tatsächlich! Ja, dachte ich mir nämlich schon, deswegen... Ich hatte so... Weißt du, als du sagtest ja, da dachte ich mir, da hätt' es die Gelegenheit, Du bist so krank! Du bist so krank! Du bist so krank! Sepp! Will mich... ...ärgern! Weißt du, ich will dich beobachten, du bist da... Du hast doch ne gute Waffe, Bram! Nee, nee, ich bin Eno! Ja, aber ich hab keine Muni! Achso! Nee, nee, ich bin Eno! Ah, jetzt! Willi! Willi! Was hat Code-Watt? Hallo, Jill! HALO JIL! HALO WATT! Nein, Eno, Sir! Willi! Kann dich nicht mal mir sehen! PILLA! Laber doch nicht! Boah, der versucht echt witzig zu sein! Ja, ein bisschen! Verpiss dich, Bram! Verpiss dich, Bram! So! Ich drück jetzt die Ocarina an! Ja, ja, komm schon! Komm schon, komm sie dir! Komm sie dir und komm zurück, du Lutscher! Ich drück die Ocarina an! Oh, das sind mir viel zu viele, dass das nachher wirklich ich dann sein sollte! Das wird kein Gehen! Ja, ich merke das schon, dass das keine Sau gerade interessiert! Achso, ich hört einfach auch keiner! Wo ist Pedra, mein Freund? Die muss wieder mit Pedra kuscheln! Ich bin Hardy seit dem Spawn hinterher gelaufen! Der hat sich jetzt gerade zum ersten Mal umgedreht! Bram, der hat dich voll im Visier! Ohne Spaß! Ich wusste es! Ich wusste es! Du Wiese Bitch! Alter, was schweißt du denn so? Das ist der andere! Nein, nein, nein! Nein! Du hast nur auf mich geschossen, weil ich dachte, du wärst, Bram! Okay, Hardy! Christian ist der andere! Ja, ist mir doch egal! Hey, komm, Adi! Mach mich doch! Christian ist der andere! Wird doch gerade schon bestätigt! Komm, Adi! Ja, wurde bestätigt, weil Sip hat dann einfach gesagt, Du hast ihn ja... Konfirmt! Nee, nee! Ich hab den erst beschossen, ich hab den erst beschossen, nachdem er meinte, Christian ist da! Achso! Okay! Christian, das braucht sich mal aufrecht zu halten! Hast du mal gleich daneben beschossen! Ich hätte jetzt schon Bock an den einfach zu machen! Der sagt Christian ist da, da hab ich nur weggerotzt! Okay! Alter! Was ist Christian denn? Das Blöde ist halt die Kerberei von Bram und Hadi! Weißt du, Bram ist halt zu hoch! Haha! Ja, ich hab noch 20 Leben! Haha! Ja, lief doch gut! Also wenn Hadi und Bram momentan als Traitor-Kollege kriegt... Das ist so gut! Nee, das stimmt! Ich frage mich, was passiert, wenn die beide Traitor wären! Haha, hab' ich auch schon drüber nachgebrochen! Ich glaube, einer mindestens würde schießen! Die Frage ist nur, wer zuerst. Es ist halt blöd, einen zu killen mit dem Melon-Lon, dann sagen Bram war's oder Hadi war's! Jetzt, stimmt! Oder das passiert jetzt, wenn wir so lustig sind! Ohne Spaß, die Negev gibt es viel zu selten. Die habe ich jetzt zweimal gesehen. Wo? Letzte Runde. Wo? Ich finde die nie. Das ist leider random. Oh, ich bin innocent. Das ist gut, da kannst du wenigstens gut Punkte machen. Okay, sollen wir Hadi direkt killen? Ich bin innocent wie Öl. Schreiben zumindest die Zuschauer in den Kommentaren immer. Ich mache Hadi jetzt einfach. Ja, ist klar, Jace. EJ, mache ich dich weg. Wer ist er denn da? Wieso läufst du denn nur mit einem Lifesaver rum? Ja, weil ich mir Bock brauche. Ich werde beschossen. Ja, von mir. Das bin ich von mir. Ficker. Boah, da kann ich wahr sein, ey. Du kleiner Lutscher, willst du mich also weg machen? Ja, du wolltest es doch. Ich bin aber fucking innocent, mein Freundchen. Hallo, Chris. Na, Chris. Kein Problem. Hallo, Bram. Boop. Ich bin eh schon ein Hit von fucking Hadi. Ja, was denn? Du hast da gerade gekauft. Der warst du da gerade gekauft. Du wolltest mich wegmachen. Hau den weg! Hau den weg! Der Vau den weg! Der quert sich ja gar nicht. Wenn dann haue ich den weg, dann haue ich den weg. Ich bin jetzt richtig Trigger-Hit. Warum? Peter. Na, machst du mich jetzt? Du kannst mich ja echt Run-Hit machen. Peter, Peter. Möchtest du das gerne, dass ich dich mache? Wenn du das möchtest, dann mache ich dich. Peter. Peter. Oh, das passt nicht. Ich weiß nicht, ob du da eigentlich wieder... Warum du bist das doch sowieso? Peter! Jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich Angst. Oh, ich bin mir nicht, dass du willst, warum wir gemacht werden. Bram! Oh, dein Leben geschossen, du Lutscher! Oh, Hadi. Das war knapp. Wo denn? Der will mich holen! Der hätte ich beinahe gekriegt. Der will mich holen. Okay, offenbar hat er dich auch geholt. Oh, ja. Bram kämpft gegen Sepp. Oh, ja. Also ist Sepp auch Inno. Ich habe ihn platt gemacht. Nice. Sepp ist Inno und dann ist Peter da bestimmt. Lade du mich! Christian lebt doch noch! Peter, ist er! Peter, ist er! Ach, fick dich doch. Ich bin innocent! Peter. Nein, Christian lebt doch noch! Boah, Jay ist so ein Vollmongo. Nice one. Nein. Peter, was schießt du dann auch so zurück? Oh, Jay. Wenn du, wenn du Peter nicht angeschaut hast. Hättest du ja noch gewesen sein können, Jay. Ja, damit hat Sepp auf jeden Fall gewonnen. Peter ist letzter geworden zurecht. Oh, Jay. Was the fuck einfach nur? Ist Peter einfach zurecht letzter geworden. Muss man ja auch mal sagen. Ich bin letzter geworden, weil ich das Duell gegen uns gewonnen habe. Muss man ja auch mal sagen. Haut rein, ihr geiles Schädchen. Tschüss! Ciao! Boah!